Moin Leute, hier ist Tim und die angespannte Lage auf dem Hardware-Markt nimmt einfach kein Ende, vor allem was die neuen Grafikkarten angeht. Jetzt muss man sogar befürchten, dass sich die Lieferschwierigkeiten noch länger hinziehen und dass man erst mit einer Verbesserung der Gesamtsituation in 2022 oder 2023 rechnen kann. Warum das so lange dauert und warum die Lage wirklich so schlimm ist, wie eigentlich noch nie auf dem PC-Hardware bzw. auf dem Grafikkartenmarkt und was es dann vielleicht noch für eine Alternative gibt, das möchte ich euch in diesem Video noch einmal erklären. Nicht verfügbare oder nur extrem überteuerte Grafikkarten bis 2023, das klingt wirklich nach einem schlechten Horrorfilm, den keiner von uns erleben möchte, aber es könnte tatsächlich Realität werden, wenn sich die Gesamtsituation auf dem Halbleiter-Chipmarkt nicht verbessert. Aber im Moment sind wir einfach an einem Punkt, wo die Nachfrage, die Produktion oder das Angebot einfach so sehr übersteigt, dass man nicht damit rechnen kann, dass sich in kurzer Zeit die Lage entspannen wird. Das grundsätzliche Problem ist, dass die Nachfrage nach Halbleiter-Chips in den letzten Jahren einfach extrem angestiegen sind, denn solche Chips sind mittlerweile gefühlt überall verbaut, nicht nur in PCs oder Grafikkarten allgemein oder in Smartphones, sondern auch in sämtlichen anderen Produkten wie Kühlschränken oder Sound- und Musikanlagen, keine Ahnung, in allem Möglichen stecken mittlerweile solche Chips drin. Und diese werden einfach nur von sehr wenigen Produzenten angeboten im Moment. Die zwei größten Halbleiter-Hersteller oder Chip-Hersteller der Welt sind im Moment TSMC und Samsung und die können einfach die extreme Nachfrage nach den Chips nicht bedienen. Deren Auftragsbücher sind voll und das führt einfach grundsätzlich zu einer Knappheit dieser Produkte. Ein gutes Beispiel dafür ist auch unsere Automobilindustrie im Moment in Deutschland. Nicht mal unsere milliardenschweren Automobilkonzerne schaffen es, ihre Nachfrage bzw. so viele Chips zu bestellen oder geliefert zu bekommen, wie sie für ihre Autoproduktion eigentlich bräuchten. Die haben auch schon beklagt, dass ihre Bestellungen nicht in der entsprechenden Anzahl ausgeliefert werden können von TSMC beispielsweise, wie sie es eigentlich benötigen würden. Das gleiche Problem haben nun mal auch AMD und Nvidia, was ihre Grafikchips angeht, denn diese werden nun mal auch von TSMC und Samsung produziert. Und AMD und Nvidia haben hier auch nicht die Möglichkeit, aufgrund der hohen Nachfrage nun einfach mehr zu bestellen, da TSMC und Samsung sowieso schon voll ausgelastet sind mit ihrer Produktion. Hinzu kommt dann noch erschwerend durch die Corona-Krise, dass natürlich die Nachfrage grundsätzlich auch nochmal extrem gestiegen sind und dass da wahrscheinlich AMD und Nvidia auch dementsprechend nicht vorbereitet waren. Beispielsweise hat Nvidia in seinem letzten Quartalsbericht erklärt, dass sie für 2020 alle bestellten Grafikkarten auch verkauft haben und dass das quasi alles so geklappt hat, wie sie es geplant hatten. Also sie haben alle das gesamte Kontingent, was sie so an Grafikchips und sowas bestellt haben und dann die Grafikkarten, die daraus hergestellt wurden, haben sie alle bekommen und auch verkauft. Aber wahrscheinlich war man einfach nicht auf die deutlich erhöhte Nachfrage durch die Corona-Krise vorbereitet, denn die Anzahl an Personen, die Gaming als ihr neues Hobby entdeckt haben, ist einfach extrem gestiegen. Und so eine Abschätzung intern jetzt bei Nvidia, wie viele Grafikchips müssen wir bestellen und wie viele Grafikkarten wollen wir produzieren und ausliefern in 2020, das ist ja nichts, was man innerhalb von zwei, drei Wochen vor Release seines Produkts entscheidet, sondern das hat ja einen Vorlauf von vielen Monaten. Wahrscheinlich wurde das schon entschieden bzw. die Bestellung bei TSMC oder Samsung schon aufgegeben, als die Corona-Krise gerade begonnen hat Anfang 2020 und dementsprechend war es einfach nicht möglich, die Produktion dann zum Release der Grafikkarten nochmal zu erhöhen und auch nach Release der Grafikkarten bis heute war es wahrscheinlich nicht möglich, dementsprechend nochmal eine erhöhte Nachbestellung der Chips aufzugeben. Als Beispiel für die erhöhte Nachfrage an Grafikkarten kann man zum Beispiel die Spielerzahlen bei Steam auch gut heranziehen. Da sieht man wirklich, wie extrem die Kurve der Nutzer angestiegen ist, seitdem die Corona-Krise Anfang 2020 angefangen hat, seitdem sich immer wieder Länder und Regionen im Lockdown befinden, man nichts machen kann außer zu Hause zu hocken. Beispielsweise sind im Vergleich zum März 2020 im Vergleich zu heute, also ein Jahr Unterschied, die täglichen Spieler, die online sind, gleichzeitig bei Steam um ein Drittel gestiegen. Also 33% ungefähr mehr Spieler auf Steam, die natürlich alle auch einen Gaming-PC mit entsprechender Hardware benötigen. Und das kommt dann natürlich erschwerend zu der allgemeinen Chip-Knappheit, die wir haben noch dazu. Selbst wenn man dann noch das Problem des Bitcoin-Booms, den wir jetzt ja auch wieder haben, ausklammert, selbst das wäre schon ein Problem genug, dass wir halt diese hohen Grafikkartenpreise haben. Da wäre es wahrscheinlich sogar egal, ob Bitcoin jetzt nochmal abgestürzt wäre und gar nichts wert wäre oder was auch immer. Denn wir haben einfach diese grundsätzliche Chip-Knappheit und da können AMD und Nvidia nun auch nichts gegen tun, dass sie dort eben nicht mehr geliefert bekommen. Wie kann sich die Lage nachhaltig verbessern und warum löst sich dieses Problem vielleicht erst 2023? Nun, Samsung und TSMC und auch Intel, die ja noch ihre eigenen Chips produzieren, aber eben in deutlich geringerer Menge als TSMC oder Samsung das können, haben schon angekündigt, ihre Produktionskapazitäten natürlich hochzufahren. Dafür müssen aber auch erstmal neue Fabriken gebaut werden und das zieht sich natürlich hin. Das kann natürlich auch locker zwei Jahre dauern, bis dann so eine neue Fabrik hochgezogen wurde und mit seiner Produktion beginnt. Und man muss leider sagen, die Nachfrage nach Halbleiterchips, die wird definitiv nicht abnehmen in den nächsten Jahren, sondern eher noch weiter zunehmen. Und da kann man nur hoffen, dass Samsung, TSMC und Intel beispielsweise ihre Produktionskapazitäten in den nächsten ein bis zwei Jahren so weit hochfahren können, dass sie diese Nachfrage bedienen können und dass wir dann endlich wieder mit einer Entspannung auf dem PC-Hardware, auf dem Grafikkartenmarkt oder allgemein einfach auf dem Technologiemarkt rechnen können. Weil, wie gesagt, nicht nur wir Gamer haben das Problem durch die extrem teuren Preise der Grafikkarten, sondern ich habe es eben erwähnt, beispielsweise auch die Automobilindustrie leidet einfach unter dieser Chip-Knappheit, die wir im Moment haben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, muss jetzt jeder PC-Gamer, der sich im Moment neue Hardware anschaffen möchte, sich tatsächlich zwischen den beiden Optionen entscheiden? Okay, entweder ich gebe mein Hobby einfach auf, weil ich keine Grafikkarten bekomme oder weil ich nicht bereit bin, diese überteuerten Preise auszugeben, oder nehme ich halt das Geld in die Hand und zahle meine 1.000 Euro für eine RTX 3070, die eigentlich 500 Euro kosten soll. Sind das nun die einzigen beiden Optionen, die man hat? Im Prinzip sind es die einzigen zwei Optionen, weil man kann sich nun mal günstige Grafikkarten im Moment nicht aus dem Hut zaubern. Klar, wenn man eine Founders Edition von Nvidia irgendwie bekommt, direkt bei Notebooks billiger, dann ist alles in Ordnung, dann hat man Glück gehabt, aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach extrem gering und soll man sein Hobby dann aufgeben, nur weil man jetzt keine neue Hardware kaufen kann. Alle, die bereits einen noch funktionierenden Gaming-PC haben, die sind natürlich erstmal in der komfortablen Situation, dass sie wahrscheinlich ihre Hardware erstmal noch behalten können und damit vielleicht die nächsten ein, zwei Jahre noch auskaufen. Aber was ist mit den Leuten, die sich einen neuen Gaming-PC kaufen wollen oder müssen, weil ihr Alter einfach zu schlecht geworden ist, weil vielleicht was kaputt gegangen ist, weil sie Gaming als ihr neues Hobby entdeckt haben und sich einfach das erste Mal vielleicht auch einen Gaming-PC kaufen wollen. Müssen die gleich diese überteuerten Preise bezahlen? Zum Teil schon, aber es gibt natürlich noch immer noch so ein paar, ich sag mal, Empfehlungen, die ich auch zwischendurch immer mal wieder raussuche, wie man noch einigermaßen günstig vielleicht an eine brauchbare Grafikkarte herankommt. Ein Video habe ich da letztens schon zu gemacht, beispielsweise den Gebrauchtmarkt im Blick zu behalten. Klar, Gebrauchtware zu kaufen ist immer so eine Sache, aber dort kann man halt sehr, sehr viel Geld sparen, vor allem, wenn man eine etwas ältere Grafikkarte aus der GTX 1000er Serie vielleicht kauft von Nvidia. Da ist es dann tatsächlich noch möglich, eine brauchbare Grafikkarte zu kaufen, die nicht stark überteuert ist. Wer neu kaufen möchte, für den ist tatsächlich vielleicht noch die RTX 2060 interessant. Ich hatte auch schon mal ein Video dazu gemacht, dass Nvidia die RTX 2060 wiederbeleben wird aufgrund der Knappheit der neuen Grafikkarten. Und tatsächlich ist die RTX 2060 eigentlich durchgehend zu einem, naja, ich sag mal, einigermaßen akzeptablen Preis lieferbar. Also in der Regel muss man für eine RTX 2060 so 500 Euro hinlegen. Klar, das ist deutlich zu viel für diese Grafikkarte, die hat im Sommer 2020 vielleicht noch knapp 300 Euro gekostet. Also haben wir hier auch eine Preissteigerung von 200 Euro. Aber das Problem ist ja, dass wir einfach keine bezahlbaren, oder grundsätzlich keine Grafikkarten mehr in diesem Preisbereich haben. Denn selbst eine RTX 3060, die eigentlich 330 Euro kosten soll, wenn man die mal neu findet in irgendeinem Shop, dann kostet die in der Regel mindestens 700 bis 800 Euro. Und es ist logisch, dass viele Leute eben nicht dieses Geld zur Verfügung haben, um sich so eine teure Grafikkarte zu kaufen. Und wer vielleicht 500 Euro für eine Grafikkarte übrig hat, für den ist die RTX 2060 vielleicht eine Option, zumindest als Übergangslösung um diese ein bis zwei Jahre, die wir vielleicht noch durchhalten müssen, bis sich die Lage endlich wieder entspannt auf dem PC-Hardware-Markt irgendwie zu überbrücken. Es ist viel Geld, klar, aber eine RTX 2060, die reicht aktuell für alle Spiele, sofern man auf jeden Fall in Full HD spielt. Locker aus in 1440p wird die eigentlich auch mit so gut wie allen Spielen klarkommen, wenn man entsprechend die Grafikeinstellung vielleicht noch ein bisschen reduziert. Aber ich denke, damit kann man auf jeden Fall diese ein bis zwei Jahre überbrücken. Muss aber natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Wenn ich in der Situation wäre, ich würde mir wahrscheinlich keine RTX 2060 neu kaufen, ich würde eher mir was auf den Gebrauchtmarkt holen, weil ich es einfach nicht einsehe, so viel für so eine alte Grafikkarte zu bezahlen. Da würde ich tatsächlich das Risiko eingehen und einfach etwas Gebrauchtes kaufen. Wenn euch der Gebrauchtmarkt interessiert, verlinke ich auch nochmal mein altes Video in der Videobeschreibung und einen Link zur RTX 2060, zu einer günstigen, findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung, falls euch dies interessiert. Es ist einfach eine extrem bescheidene Situation, muss man einfach sagen im Moment. Es bleibt nur zu hoffen, dass sich aus irgendeinem Grund die Lage vielleicht früher wieder entspannt, dass vielleicht die Leute irgendwann einfach nicht mehr bereit sind, diese hohen Preise zu bezahlen und die Preise vielleicht irgendwann endlich mal wieder ein bisschen runtergehen, auch wenn die Nachfrage hoch bleibt. Man kann es nur hoffen. Ich hoffe es für uns alle. Und ansonsten interessiert mich natürlich auch wie immer eure Meinung noch zu dem Thema. Schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr da noch zu sagt. Und ansonsten war es das jetzt von mir. Ich bin raus. Haut rein. Schreibt es gerne in die Kommentare.